Hey Leute, ich bin's wieder. GYYT, der Name ist Thomas und heute pack ich Sachen ein und aus. Im Video los geht's. Geräte, Klebeband und Karton. Bluetooth-Lotsprecher von JBL. Bluetooth-Smartwatch von Blaupunkt. Und JBL Bluetooth Kopfhörer. Alles gut verpackt und zugemacht. Und das hält. Wie ihr jetzt seht. Ja. Und jetzt, wie ihr seht, packe ich die Sachen vom Karton aus. Erstmal umdrehen. Gucken, ob es auch funktioniert. Ist auch nichts ausgefallen ist. Und jetzt wähle ich den Klebeband vom Karton ab. Hol die Sachen einzeln raus. Gucken, ob auch alles drin ist. Und was das für Sachen sind. JBL Bluetooth Kopfhörer ist das. Diese Verpackung jetzt wieder zumachen. Und weglegen. Ja. Und jetzt Smartwatch von Blaupunkt. Auch Bluetooth. Nur kurz ansehen, weil das von Zeichen ist außen zu sehen. Ist gleich gut auch für JBL Lautsprecher. Bluetooth. Ist auch gut zu sehen. Gut, den Karton jetzt umdrehen. Und den Klebeband vom Karton weglösen. Karton aufmachen. Und schließen. Und So ist es. Ja. Okay. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich empfehlen. Daumen nach oben. Bilde meinen Kanal. Like das Video. Ich bin GYJT. Ich bin James Thomas. Ciao. Ciao.